Ich werde keinen Druck machen, aber das muss ich gewinnen. Tag 9 und los geht's. Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Coldestrike. Wettkampf mit dabei hat er Sven und der Audit. Und wir gehen wohin? Ich glaube auch soll das heißen. Okay. Ja. Klasse, ich habe mich auf Nahkampf eingestellt. Ich habe schon einen durchspringen sehen. Doppel Doors. Doppel Doors stehen auch heute. Ach ja, genau. Achtung, Akutzen sind sie auch. Ja. Ist noch. Ah, die sind hier. Eieieieiei. Immerhin die erste Runde. Also schonmal was. Wollang? Weiß nicht. Ich habe die Bombe nicht. B. Okay. Weiß nicht. Weiß nicht. Ach, sorry. Flowing a Flashback. Flashback. Flowing a Flashback. Flashback. Blending. Bomb has been planted. Flowing a Flashback. Die kommen bitte. Zwei Mann. Smoke. Einen habe ich. Flowing a Flashback. Hehehe. Ist ja an mir vorbeigelaufen fast. Mhm. Ich habe die Bombe. Okay. Warte nochmal, oder was? Schreib doch einfach in Sideshow, wo du hinsetzt. B. Ja, scheiße. Ich weiß das nicht. Ich schreib da nie was. Oder beziehungsweise. Weiß ich nicht. So, dann nochmal B. Ich glaube, ich habe sie gesehen, dass sie kommen. Stauber. Einer bin der Auto-Tacker. Boah. Da hab' ich aber die Blender gerade gefressen. Okay, ich hab die Bombe. Wo? In der Hand. Haha, keine Ahnung. Keine Ahnung, A kurz. Ach, A, ähm. Ja, A kurz. Ich wär eher lang gegangen. Wir haben mehr A oder No Range. Okay, ja, dann gehen wir A lang. Oh nein, sorry, sorry, sorry. Oh, oh. Hä? Hä? Wo? Habt ihr nicht gesehen. Ah, lang irgendwo muss einer sagen. Da kommt einer On-Spot auf A davor. Oh, der hat sich vielleicht wieder in die rechte Ecke da reingezogen. Wasserbau von hinten auf. Ja. Hör mal sehen. Hier. Oben. Da ist auf Spot. Oh, Alter. Das war richtig knapp vier. Hier. Hier. Mann, Mist. Was? Uiuiuiui. Hör mich jetzt gleich. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nein, nein. Huh? Huh? Shit. Nein! Ich bin weg. Kacke. Kacke. Ich wollte noch zurücklaufen. Einer ist noch B. hier. Nein, ne! Oh Mann, ne! Ah! Ja, und es hat ja gleich eine Arbe. Wo ist denn der ... gewesen? Äh, Alain. Äh, bei ... aber wo, weiß ich nicht. Ah, da hinten wo die Bombe liegt, auf jeden Fall. Also nicht Pit Pit war er eben nicht, aber War jetzt gleich da seitlich gestanden Anderer, ja Oh, da ist er nicht mehr Da ist er Sehr gut, sehr gut Puh Das war die einzige Möglichkeit, wo er war Diesmal geh ich auch lang, mit Autotracker Ich geh wieder B verarschen Wer kann denn hier den Flash werfen? Flashbank Flashbank I'm throwing a flashbank Throwing a flashbank Smoke Ah, von hinten, von hinten Oh Ah Zurück, aber ja, danke fürs Blocken Entschuldigung On spot On spot Wir switchen, wir switchen Schnell Warum? Ich hab den doch Terrorist Win Alter, die stimmen echt über den Aus Auswurf Auswurf Okay Okay Okay, hier geht B Die haben den rausgeworfen Wenn wir los Flashback Throwing a flashback Grenade Einer kommt glaube ich window grad, habe ich gesehen Grenade I'm throwing smoke Blending Smoke Oh, wer ist mit dem Dreh? Oh, sorry. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist mal den eigenen angegriffen, ey. Ja, weil der aus dem Rauchhaus geschossen kam hier. Ja, ich hab gedacht, das wär der. Die sind beide Mitte. Oder? Das ist Mitte? Okay. Weg hier. Oh shit, du hast recht. Nein, ich bin viel zu nah dran. Schlappen. Nein, es passt. Ich hab die Bombe. Äh, wo geht man lang A? Hat jemand eine AK für den Typen? Da liegt sie. Hier, ich hab schon eine... Oh, nein. Nein, egal. Da, hier. Ja, ja. Ich hab die Bombe. Oh, Mann. Ich hab die Bombe. Bombe! ich habe was für längere Sonsor, die sind ja schon am Sponning Den hab ich gar nicht Wo kam der denn her? Ach du Ich hab den nicht mal gehört Das ist hier nur noch einer, der saft 100 pro Okay Vorschläge, Kameraden B natürlich Was sonst Ist Vorschlag Nummer 1 Aber mehr als 3 Mann sind, switchen wir Okay Okay War nicht so gut Das mit dem Smoke war ja total dumm Wir hätten da Smoke hingeworfen Ach short einer Noch einer Ich gehe über Spawn zurück Sven du kommst mit, ne? Mh 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 Flaschbank Flaschbank Oh, war nicht so gut Oh, war nicht so gut Sehr gut Sehr gut Schön Punktesnack Ja, muss sein Ich hab zwar grad richtig viel Kohle übrig, aber Ich auch, ich komm, brauche mir gar nichts zu kaufen Ja Wieder B oder was? Ist mir wurscht Ist mir wurscht Ne, Bombe läuft auch Okay Achso Tja, aber wieder ein Match 30 Spiel Diesmal haben die die Arschkarte I'm throwing smoke Smoke I'm throwing flashback Smoke Ach das war so dumm Wie kann man denn so die Die Smokes Aufgegeben Ja, so kann man auch Und das war der Aufstieg zu Silber Elite Master Die macht den Totat Nice Einen herzlichen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Jawoll Bis zum nächsten Mal